Vor einer Woche haben wir ein ähnliches Seminar auf Slowakisch gegeben. Wir haben das so gestaltet, dass wenn jetzt dabei die deutschen Geschäftsführer sind, damit die auch so ein bisschen Überblick haben, was alles in den letzten zehn Tagen passiert ist und anknüpfend an das Seminar oder Webinar letzte Woche, bieten wir auch so eine Übersichtentwicklung. Also ich bitte Christina, ich habe ein Team von Kolleginnen und Kollegen, die helfen mit, auch wenn sie dann Fragen haben. Nächste Seite oder Frau Kippus, nächste Seite bitte. Kann ich eine Frage stellen, Frau Blachowa? Ja. Werden wir die Inhalte der Präsentation zugeschickt bekommen oder ist es notwendig, eigene Notizen zu machen? Nein, selbstverständlich. Wobei machen Sie Notizen, wenn Sie glauben, es steht nicht im Detail auf der Folie. Wobei was nicht im Detail steht, das bedeutet, dass es noch nicht 100 Prozent stimmt. Also das, was Sie jetzt sehen, bekommen Sie von der Frau Kippus zugesandt. Danke. Also hier ist nur ein Überblick, das haben wir auch der Regierung präsentiert, Dr. Herr Kompala. Die Regierung weiß inzwischen, dass die Slowakei eine sehr abhängige, auch auf exportorientierte Wirtschaft ist, deswegen gefährdet. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Also bitte die nächste Folie, Frau Kippus. Also wir haben eine neue Regierung, nicht nur Corona. Jemand hat noch immer Mikros nicht ausgeschaltet. Das stört ein bisschen. Also ich bitte Sie, Mikros auszuschalten. Also die neue Regierung ist, glaube ich, ab 22. März in Kraft. Die Wahl war Ende Februar, das wissen Sie. Was die alte Regierung gemacht hat, war nicht leider viel, aber doch etwas. Es waren diese 13 Maßnahmen für Unternehmer vom 18.03. Das war teilweise mit der neuen Regierung abgestimmt. Und was eigentlich gut ist, dass das kontinuierlich umgesetzt wird. Nicht alles, aber diese 13 Maßnahmen sind schon eine Basis für die nächsten Länder. Also wenn man mit den 13 Maßnahmen von 18.03. beginnt, Sie sehen, dass was schwarz ist und dick, dass das sind diejenigen, wo man so Fokus gibt. Die Grünen sind schon teilweise umgesetzt und dann gibt es ein paar auf Rot. Das ist dann, wo wir glauben, es wird gar nicht umgesetzt. Also zuerst Verhandlungen mit Banken, weil Haupthilfe sollte durch Kredite und eigentlich Hilfe von der Liquidität, die wirklich genügend in dem Bankensektor liegt. Das ist eigentlich auch die Präferenz der Europäischen Union und Europäischen Kommission. Anknüpfend an Bankenkredite, natürlich dann Kooperation mit ausgewählten Institutionen. Bei uns ist es die Slowakische Garantiebank. Dann Punkt drei, dann ist es diese Slowakische Investment Holding. Einfach, das ist diese Punkte eins bis drei, diese Liquidität durch Bankensektor und Unterstützung von staatlichen Bankgarantien. Sehr vereinfacht gesagt. Wir kommen noch dazu am Ende, was heute zur Verfügung steht. Punkt Nummer vier war auch in gleich der ersten Runde präsentiert. Das ist die Abschreibung von steuerlichen Verlusten. Dazu komme ich auch später. Wurde teilweise umgesetzt, aber nicht ganz. Aufschub von Abgabefrist für die Steuererklärungen für alle Steuersubjekte war bis 30.06. schon damals geplant. Inzwischen auch abgestimmt durch eine Verordnung. Und meine Kollegin, Frau Reguli, die erklärt Ihnen, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist dann doch noch großzügiger, weil man mit sogenannten Fristverlängerungen nach Pandemieende rechnet. Nur damit Sie wissen, da müssen Sie keine Angst haben, wenn Sie eine Abgabefrist für Steuererklärung, Körperschaftssteuer nicht oder auch Einkommenssteuer nicht zeitgerecht geschafft haben. Nichts ist passiert. Temporäre Aufhebung von Sozialversicherungsabgaben, das ist zurzeit fraglich. Und dieser Punkt sechs hat sowieso nur Selbstständige betroffen. Also Frau Reguli, bitte. Christina, bitte. Nächste Seite. Oder Frau Kippus. Nein, Frau Kippus. Frau Kippus, gut. Also Maßnahme Nummer sieben. Das wissen wir, das wird nicht umgesetzt, aber ist nur die einzige Maßnahme von den 13, wo Sie sich nicht darauf verlassen sollten. Und das ist früher geplante Befreiung von Lohnsteuer und Sozialversicherung betreffend Löhne. Also das bitte streichen, wenn Sie Notizen machen wollen. Punkt Nummer acht. Jetzt wird es eher positiv. Vereinfachung der Bedingungen für den Beitrag für Erhaltung der Arbeitsplätze war von Anfang an eher für KMU bestimmt. Das ist schon umgesetzt. Es ist zwar noch nicht der letzte technische Detail da, aber ich komme dazu später. Also es ist zum heutigen Tag schon viele Details bekannt. Und Sie können schon mit mit Dotationen pro erhaltenen Arbeitsplatz rechnen. Die Kosten für unterstützende Technologien, Strom, Energie und so weiter, das ist zurzeit wenig diskutiert. Aber wir glauben, dass es auch dazu kommt, Diskussionen auf der EU-Bedingung, Mittel aus Sozialfonds und verschiedenen europäischen Fonds, die ist sehr intensiv. Unsere Regierung hat natürlich, weil die neu kreiert wurde, sehr spät angefangen. Aber vor allem diese Zuschüsse für diese Beiträge für Erhaltung der Arbeitsplätze, die werden vor allem aus dem europäischen Sozialfonds erstattet. Nummer elf. Regeln für Leistungen an Eltern. Das ist inzwischen umgesetzt. Dazu kommt später die Christina, meine Kollegin. Die Fristverlängerung für Zahlung der Zollschuld sollte auch verlängert werden. Wir haben aber keine Details dazu. Also wenn Sie dann individuell mit Zollproblem haben, dann können wir individuell für Sie eine Analyse machen und sich verbinden mit den Behörden. Was sich Strafen für Unternehmen betrifft, öffentliche Aufträge und so weiter, Kontrollen von Unternehmen. Das ist alles inzwischen beschränkt. Und durch die letzte Verordnung, die gestern gebildet wurde, sehr vereinfacht gesagt. Aber natürlich, da gibt es wieder auch Detailausnahmen und Fragen. Aber im Allgemeinen kann man sagen, alle Betriebsprüfungen werden ausgesetzt. Falls schon angefangen, dann gibt es dazu eine Anweisung an die Behörde. Und man rechnet dann mit Neueröffnung, also mit neuen Betriebsprüfungen und Steuerprüfungen erst nach Beendigung der Pandemie. Also das wird zurzeit abgeschätzt, wann das ist, zwei, drei Monate und noch einen Monat danach. Also das ist nur jetzt, die Amte lassen Sie zurzeit in Ruhe. Weil da müssen Sie sich nicht jetzt große Sorgen machen. Gut, also das ist jetzt dieses Paket von Maßnahmen vom 18.03. noch von der alten Regierung. Zusammengefasst wieder, die meiste wurden schon am 31.03. abgestimmt durch die Regierung. Heute ist noch teilweise ein paar Sachen im Parlament. Aber dieses First Aid Paket, das zurzeit als Hauptpaket ist, dazu kommen wir später. Also bitte Frau Kippus, jetzt nächste Seite. Ich schaue nur, ob man inzwischen Fragen hat. Ich sehe noch keine. Also, jetzt die schon in der Praxis umgesetzte Maßnahme, das ist jetzt für Sie auch wichtig. Und dort haben wir selbst auch mit unseren Klienten eine praktische Erfahrung. Also, dieser Abschub von Abgabefrist und Zahlungspflicht von Steuern. Allgemein kann man sagen, dass die Steuerbehörden entgegenkommen. Man kann mit der Steuererklärung die Verlängerung, wie ich gesagt habe, bis zu Ende der Pandemie, mindestens bis Ende September rechnen. Dann ist unsere Abschätzung, dass auch die Steuerbehörde weiterhin entgegenkommt, auch mit Aufschub von Zahlungspflichten. Dazu dann die nächste Folie, bitte Frau Kippus. Ja, also das ist jetzt auch praktische Erfahrung, vor allem Richtung Vorauszahlungen, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer. Da war die Finanzverwaltung sehr positiv eingestellt und hat uns bei allen Mandanten eigentlich entgegen, ist uns entgegengekommen. Also die Unternehmen, die angefragt haben, zwar nur für, überwiegend nur für drei Monate. Jetzt ist in dem neuen Paket eine neue, objektivere Regel, dass man eigentlich sehr schnell und vorrangig an die Unternehmen zielen soll, wo die Erlöse um mehr als 40 Prozent sanken. Dazu kommt dann Christina später, Frau Reguli. Trotzdem auch, wenn die Erträge nicht so stark gesunken sind, haben sie recht. Also diese allgemeine Regel, die ich schon gegolten habe, sie können anfragen auf Verschiebung der Steuerzahlungen. Sie können das trotzdem machen und außer Umsatzsteuer kommt ihnen die Steuerbehörde entgegen. Es ist sogar in den ganz letzten Fällen so, dass auch Lohnsteuer, also dass das sogar auch Aufschub für Lohnsteuer, wir haben mit ein paar Unternehmen jetzt in den letzten Tagen auch eine positive Erfahrung gemacht. Also das, was unten steht in der Zusammenfassung, würde ich jetzt zu diesem Tag mehr positiv sehen, was sich Vorauszahlungen für Lohnsteuer betrifft. Also diese monatlichen Lohnsteuerzahlungen können Sie auch verlängern. Gut, dann die nächste Seite, das ist Leistungen an Eltern- und Krankengeld. Das hat man umgesetzt, das war eine der ersten Maßnahmen. Frau Kippus, bitte nächste Seite. Die heißt Leistungen an Eltern- und Krankengeld. Ja, danke. Also da haben Sie auch ein paar Tipps links und dazu kommt dann die Frau Reguli später. Nur damit Sie wissen, das war eine der ersten Maßnahmen, die man umgesetzt hat. Also das Unternehmen muss jetzt nicht mal diese ersten Tage das zahlen. Es wird alles vom Staat gezahlt und in einem höheren Beitrag als vor Corona. Zur Umsatzsteuer für Punkt 4. Da bitte ich Frau Kippus, nächste Seite. Also das ist etwas, wo man noch immer nicht eine volle Unterstützung von der Regierung spürt. Es ist auch sehr einfach zu erklären. Wir haben da ein bisschen Angst. Sie wissen, dass die Slowakei, was ich Umsatzsteuer betrug, eine der schlechtesten Länder in der EU war. Und da ist ein bisschen die Regierung zurückhaltend. Und irgendwie verstehe ich das auch. Aber Antrag auf Verschiebung können Sie stellen. Wir wissen nun nicht, es ist ja unsicher, wie die Steuerbehörde reagiert. Jedenfalls, wenn Sie keine Sanktion oder finanzstrafrechtliche Folgen haben wollen. Und Sie haben nicht genug Geld für die Steuerbehörde gehabt. Sie müssen diesen Antrag stellen. Weil dann wird gerechnet, dass man mindestens nicht Sanktionen droht. Und dass das auch finanzstrafrechtlich, wo die Umsatzsteuer sehr strikt ist, dass finanzstrafrechtlich auch da auf diese Anträge und Informationen transparent von Unternehmen an die Steuerbehörde, dass man da Rücksicht nehmen wird. Gut. Also das sind so unsere praktischen Erfahrungen. Jetzt die nächste Entwicklung, die noch letzte Woche nicht klar war, dass das jetzt am 21., also die jetzt wegen einem Material unoffiziell vom 21.03. ist. Bitte Frau Kippus an die nächste Seite. Arbeitsmaterial Ex-Corona. Das werde ich nur sehr schnell angehen. Das ist so ein Material aus dem Koalitionsrat. Vor zehn Tagen, so am Samstag oder Sonntag, ist da an die Journalisten gegangen und an Sozialnetzwerke. Das waren eigentlich mehr detailliert Umsetzung dieser 13 Maßnahmen. Insgesamt mehr als 40 Punkte. Kurz gesagt, die meiste der über 40 Punkte sind zurzeit oder umgesetzt. Oder man arbeitet an der Umsetzung. Also da ist eine Nachhaltigkeit auch sichtbar. Was war von diesem Material klar? Was war von diesem Material klar, ist auch die Kurzarbeit Diskussion. Dazu können wir dann in der Diskussion am Ende sehr kurz angehen. Ich mache schon jetzt aufmerksam, dass man erste positive Schritte gemacht hat, weil diejenigen, die in diesem Geschäftsführerkreis sind, wo auch der Herr Kompalla sich sehr eingesetzt hat, man hat schon ein bisschen Ernte gesammelt. Also es ist nicht nur der Herr Sulik jetzt dabei, mental, sondern auch der Arbeitsminister, Herr Kreiniak. Das ist eine andere politische Partei. Und inzwischen auch der Finanzminister versteht, was die Anfrage ist. Also der Herr Heger ist auch dabei. Also das ist etwas, wo heute eigentlich schon im Parlament der erste Schritt umgesetzt werden soll. Also daran wird gearbeitet. Nur die Regierung will, dass es außer dieser arbeitsrechtlichen Lösung, dass es möglich ist, wenn das Unternehmen wirtschaftliche, objektive wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, eine kurzeren Arbeitszeit einführt und kürzere Gehälter zahlt. Das ist zurzeit in der Slowakei nicht möglich, außer Kollektivverträge. Also die haben das jetzt verstanden, dass es auch für andere Unternehmen wichtig ist. Die sprechen jetzt über 80 Prozent, weil die glauben, dass was darauf folgt, ist eine Finanzierung dieser Kurzarbeit, so wie das eigentlich meistens auch in Deutschland zum Beispiel gemacht wird. Also Kurzarbeit, Riesenfortschrift, mindestens aus meiner Sicht. Man hat eine positive Diskussion in der ganzen Regierung, nicht nur mehr individuell mit einzelnen Regierungsmitgliedern. Gut, jetzt das ist das Wichtigste und das ist das erste Hilfepaket. Ich sehe noch immer keine Fragen. Christina, siehst du welche? Ich habe noch keine Fragen, also ich gehe jetzt auf das Wichtigste des heutigen. Keine, keine. Keine, gut. Also, Erste-Hilfe-Paket wurde am letzten Sonntag von der Regierung verabschiedet. Das ist diese berühmte A4 von dem Regierungschef präsentiert und eigentlich abgestimmt von der ganzen neuen Koalition. Das sehen Sie jetzt, wenn die Frau Kippus auf die nächste Seite kommt. Also diese sieben Punkte, die auf dieser A4 präsentiert wurden, die halten fest und über die wollen wir jetzt eigentlich in mehr Details sprechen, weil das ist etwas, wo Sie sich verlassen können. Das wird in, wurde oder schon eingeführt mit verschiedenen Verordnungen, wird oder heute im Parlament eingeführt und dann eigentlich schon ab nächster Woche durch verschiedene Anträge möglich zu schöpfen. Also das ist jetzt dieses Erste-Hilfe-Paket, bestimmt klar für Klein- und Mittelunternehmen. Das war auch von vorne an so abgesehen und ist eigentlich auch wegen dem Rahmen von der Europäischen Kommission eigentlich nicht anders denkbar. Da würde ich ein bisschen so auch diese Kommunikation, die mangelnd war, außerhalb der Regierung das betonen. In der EU ist die Staatshilfe verboten. Man hat Ausnahmen, zum Beispiel Deminimis-Regeln. In normalen Zeiten ist die Deminimis-Ausnahme nur dann möglich, wenn die Gesamthilfe nicht mehr als 200.000 Euro ist. Was man eigentlich jetzt von der Europäischen Kommission allgemein bekommen hat, wegen Covid-19, ist eine Ausnahme. Die ist auch jetzt, schaue ich mal, 20.03. Also ist auch jetzt nur elf Tage in Kraft. Und diese Ausnahmeregelung sagt, mehr oder weniger, Unterton bitte vor allem an Klein- und Mittelunternehmen gezielt, aber sehr vereinfachte Regeln. Also es ist trotzdem nicht so einfach, aber sehr vereinfachte Regeln, was sich jetzt objektive Kriterien betrifft. Und das Hauptkriterium ist diese Gesamthilfe, die nur bis Ende dieses Jahres möglich ist, darf nicht insgesamt 800.000 Euro überschreiten. Und in der Slowakei will man das auf 200.000 Euro pro Monat begrenzen. Also das ist alles eigentlich wegen diesem Rahmen. Und wenn es Unternehmen gibt, das sind die Größeren, wo es eigentlich nicht ausreicht, dann muss man auf weitere Spezialverhandlungen zielen mit der Europäischen Kommission. Aber wenn es wirklich ein grosseres Unternehmen ist, wo 800.000 Euro eigentlich lächerlich sind, dann muss es sowieso individuell von der Europäischen Kommission gebilligt werden. Also es ist nicht so einfach, wie es auf ersten Blick aussieht. Da will man in der EU sein. Wir sind sogar Eurozone. Und man muss diesen Rahmen der Europäischen Union schon respektieren. Also kommen wir zu diesen sieben Punkten von dem Erste-Hilfe-Paket. Punkt Nummer eins. Für die Gesellschaft, die obligatorisch aus Gesetz hergeschlossen sind, vor allem Retail-Stores, aber klar kann auch Dienstleistungsunternehmen sein, da wird der Staat 80 Prozent der Löhne der Arbeitnehmern erstatten. Natürlich mit der Voraussetzung, es ist nicht mehr als 200.000 Euro pro Monat oder insgesamt mehr als 800.000 Euro für dieses Jahr. Aber sollte mindestens für Liquidität in den nächsten Monaten für KMU-Unternehmen eine gute Hilfe sein? Wenn Sie nicht die Definition dieser obligatorisch geschlossenen Betriebe erfüllen, und darüber soll man dann individuell natürlich sprechen, dann kommt dieser Beitrag pro gehaltener Arbeitsplatz für Anwendung. Und das ist jetzt so in dem Entwurf dieses Schema. Das unterliegt jetzt diesen EU-Regeln. Das Schema wurde noch nicht formal veröffentlicht. Was wir aber bestätigt bekommen haben und was auch die Regierung präsentiert, konsistent ist. Und das stand dann eigentlich, was Sie hier sehen, dieser Einbruch von Umsatzerlöse mehr als 20 Prozent. Da ist der Zuschuss pro Arbeitsplatz 180 Euro. Bei mehr als 40 Prozent ist es 300 Euro. Bei mehr als 60 Prozent ist es 20 Euro. Und bei mehr als 80 Prozent ist es 540 Euro. Also das sollte jetzt ab nächster Woche also antragsgemäß gebilligt werden. Also dazu sollte man Anspruch haben, also einen rechtlichen Anspruch. Also es ist ein automatisches Schema. Nicht so, wie Sie das gewohnt waren mit diesen Standarden EU-Schemen, wo es sehr lange gedauert hat und sehr viel administrative Aufwand war. Sollte sehr einfach umgesetzt sein. Jetzt kommt sicherlich eine Frage, wie wird diese 40 Prozent oder 20 Prozent Senkung von Umsatzerlöse gemessen? Es steht noch nicht schwarz-weiß fest, aber ich war bei einer Diskussion mit dem Finanzminister. Da werden monatliche Erträge testiert und irgendwann dann später auch kontrolliert auf Umsatzsteuererklärungen monatliche, also wo die Finanzverwaltung das schwarz-weiß sieht, beginnen mit Monat März 2020. Also Monat März 2020. Sie schauen sich ihren Umsatz an und wenn die Senkung des Umsatzes gegenüber März 2019 mehr als 20 Prozent war, dann sollten sie automatischen Anspruch haben an diese Zuschüsse. Und ja, dann gibt es Fragen für Unternehmen, die zum Beispiel neu gegründet waren und so weiter. Aber das sollten wir dann individuell angehen. Da wird dann irgendwie Durchschnitt in Rücksicht genommen oder also gibt es dann noch ein paar Detailfragen, die erst in dem veröffentlichten Schema wahrscheinlich klar festgelegt werden. Aber diese Basisregel, dass sie Umsatz des Monates mit dem Umsatz des Vorjahres für denselben Monat vergleichen, ist schon fest. Anträge sollte man ab nächsten Montag stellen können. Klar, meine letzte Teilnahme in einem Arbeitskreis, wo auch der Arbeitsminister war. Wir hoffen alle, dass die IT-Systeme sich so schnell da einstellen lassen. Also das ist etwas, was sehr neu ist und sehr schnell auch für unsere Regierung. Jedenfalls ist da ein rechtlicher Anspruch und sie können sicherlich zum Beispiel, wenn sie in einer Diskussion mit einer Bank sind, wegen Darlehen und Spezialfinanzierung. Sie können das als ein Argument schon sehr gut nutzen. Die Banken wissen, dass es sowas gibt und die wissen, dass mindestens diese Liquidität von der Regierung möglich ist. Punkte eins und zwei. Es wird abgeschätzt, kosten unser Staatsbudget 500 Millionen Euro monatlich. Also man rechnet bis Jahresende mit ungefähr fünf Milliarden Euro nur in dieser Richtung. Was ist eigentlich mehr als in der Tschechischen Republik, wo dieses Budget für ähnliche Unterstützungen etwas knapp über drei Milliarden liegt, wenn ich das richtig gehört und gelesen habe. Frau Blahuba. Ja, bitte. Rieha, darf ich zwei Fragen stellen? Aha, Herr Rieha, gut. Ich kann sie zwar nicht sehen, aber gut. Aber ich höre sie dafür umso besser. Die erste Frage ist, die 80 Prozent, die auf die Löhne geleistet werden für geschlossene Betriebe, ist das auf brutto brutto? Nein, ich glaube, da rechnet man damit. Also mein Verständnis von dem Draft, das ich gesehen habe, das ist auf Bruttolohn, nicht brutto brutto mit Sozialbeiträgen, was der Staat, glaube ich, will, dass sie noch Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Also sie werden 80 Prozent bekommen. Es kommt aber hoffentlich noch dieses Kurzarbeit-Thema dazu, aber das kann ich nicht garantieren. Das wird Ihnen hoffentlich dann nächsten Montag, die Frau, also da gibt es ein Spezialwebinar für Arbeitsrecht. Also wir hoffen, dass es gut geplant wird und dass man das, dass man das eigentlich parallel zur Kürzung, realen Kürzung der Arbeitszeit, das jetzt einseitig eingeführt werden sollte. Aber das ist nicht sicher. Das ist etwas, was zurzeit in Diskussion ist und noch nicht gebilligt wurde. Aber nein, das ist als Bruttolohn, nicht brutto brutto Lohn vorgesehen. Gut, die 80 Prozent, würden die auch gelten auf Lohnersatz? Auf Narad-Misdi? Urlaub und so weiter? Auf Lohnersatzleistung, wenn man das auf 60 Prozent mit dem Betriebsrat vereinbart? Ich glaube schon, aber ich habe irgendwo so Beispiele von dem Staatssekretär gesehen. Ich kann mich jetzt nicht sehr genau erinnern, aber wir können uns das für Sie ansehen, wenn Sie möchten. Ich glaube, Sie werden das einfach halten. Ja, das kann ich. Es ist 80 Prozent für durchschnittliche Lohn der Mitarbeiter, aber es handelt sich um die Summe, die den Mitarbeitern ausgezahlt wird. Es ist nicht die Bruttosumme. Das ist eine Erstattung von Lohn. Okay, also du hast es jetzt von diesem Beispiel, dass ich mir nicht... Ja, ich schaue es nach. Also es ist sicherlich nicht Brutto-Brutto und es ist leider auch nicht Brutto, wie Sie das... Also es wird als Zuschlag, es wird umgesetzt als Zuschlag auf diese Nettolohnauszahlung. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, ich sage mal, 1.000 Euro netto ausgezahlt bekommen würde, abzüglich seiner Sozialabgaben, davon würden wir 80 Prozent bekommen. Wir wollen jetzt nicht antworten. Wir müssen auf dieses Schema warten. Das ist genau diese Details, die noch nicht veröffentlicht wurden. Wir hatten nur irgendwo im Arbeitsmaterial ein Beispiel gesehen von dem Staatssekretär des Arbeitsministeriums. Das ist der Herr Michal und das ist diese Partei SAS. Aber wie die dann abschließen mit dem Arbeitsminister und dieses Schema muss dann von der Europäischen Kommission gebilligt werden. Ich habe noch heute immer keine Antwort. Wir sind dort im direkten Kontakt. Es sollte schon gestern veröffentlicht werden, dieses Schema. Es ist noch immer nicht veröffentlicht. Und das ist auch dieses Schema, das ist ein EU-Schema, das müssen die mit EU abstimmen. Also ich rechne damit, weil die Anträge sollten ab Montag möglich sein. Ich rechne damit, dass ab morgen spätestens die Veröffentlichung kommt, weil wenn nicht, dann können die noch die Anträge am Montag nicht losstarten. Also ich glaube, am Montag, wenn dieses Webinar mit BNT ist, Frau Kippus, dann ich hoffe, dass am Montag können wir dann für alle Mitglieder jetzt mittels der Rechtsanwälte eine klare Antwort geben. Heute kann ich die nicht geben. Es ist jetzt diese 80 Prozent, so wie Sie das sehen hier, so hat man Koalition abgesprochen. Technische Details waren gar nicht vorhanden. Die technischen Details werden jetzt abgestimmt und für diesen konkreten Punkt Nummer eins ist das eigentlich eine Frage dieses EU-Schemas. Da ist noch als ein Spieler die EU-Kommission drinnen. Okay, warten wir bis morgen oder Montag. Ja. Danke. Gut, dass so ähnliche Fragen kommen, dann wahrscheinlich auch zum Thema Beitrag pro gehaltene Arbeitslose, Punkt Nummer zwei. Da ist nur ein fixer Betrag schon fest und ich verstehe das so, da gab es nicht so viele Fragen betreffende Beträge, eher diese Bedienungen, also dieser Vergleich von Umsatzerlose Senkung, der sollte inzwischen auch relativ klar sein, aber es kommen dann weitere Fragen, was ist gehaltener Arbeitsplatz von den unformalen Diskussionen, wo wir teilgenommen haben, also wieder, wir warten auf das Schema, auch zum Punkt zwei, was ich jetzt sagen kann, was wir erwarten, dass zum Beispiel eine Bedienung zwei Monate nach, dass man mindestens noch zwei Monate den Arbeitsplatz halten soll, das ist so eine klare Aussage gewesen, wieder mündlich und formal, zweite Aussage, die wichtig ist, es gilt auch für die Arbeitsverträge, wo eine befristete Arbeitsvertrag ist, also nicht nur diese unbefristete Arbeitsverträge, sondern auch diese befristete Arbeitsverträge und das einzig Negative von allen den Fragen und Diskussionen ist, dass es gilt nur für normale Arbeitsverhältnisse, nicht nur für diese Studenten oder Rentner Absprachen jetzt übersetzt Dohodari auf Slowakisch, also auf die wird es nicht betreffen. Gut, also das ist Punkte eins zu zwei, gibt es noch Fragen, Sie können ruhig in diesen Chat schreiben, wenn Sie sich nicht wagen, wieder Herr Rieha laut, weil das kann dann auch chaotisch werden, wenn zu viele Mikrofons eingeschaltet werden, also bitte ruhig Fragen. Letzte Woche Fragen reingeschrieben, wenn Sie vielleicht einen Blick darauf werfen, weil ich sie einfach nicht unterbrechen wollte, vielleicht kann Ihre Unterstützung dann auf die Fragen kurz mal eingehen, bitte. Ich sehe jetzt keine, Christina, siehst du? Ja, ich meine, das ist auch die Frage, wo kann ich Antrag, Vorlage und Informationen zur Einreichung zum Punkt zwei finden, danke. Das war von Herrn Holubels. Okay, ich kann die nicht sehen, irgendwie, weiß nicht warum. Ja, ich meine, es ist beim Arbeitsamt und sie können den Antrag von Montag oder ab Montag stellen und für März gilt nur 50% von diesen Summen. Wenn es um 20% handelt, dann ist nicht 180 Euro, aber nur 90 Euro für März. Und das gilt auch für die andere Summen. Aber nur für März. Für andere Monate ist es die ganze 100% wie 180 Euro. 380 und so. Also ich habe folgende Fragen gestellt. Bis zu welcher Größe ist es KMU? Ist das Umsatz oder Mitarbeiter limitiert? Dazu kann ich vielleicht. Das ist diese ganze Verordnung der Europäischen Kommission. Ich bin selbst neugierig, was in dem EU-Schema stattfindet, weil ich war auch in diesem Geschäftsführerkreis drinnen, wo eine Auslegung von KMU wäre, genau auf die Mitarbeiterzahl beziehungsweise Umsatz. Also da ist die EU-Definition der KMU relativ restriktiv. Mitarbeiterzahl 250 bis diese Mitarbeiterzahl ist KMU. Von dieser Ausnahmeregelung der Europäischen Kommission vom 20. 3. Vor allem dieser Artikel 21 wird zwar erwähnt vor allem KMU und Unternehmen, aber die objektiven Kriterien, die ich am Anfang angesprochen habe, die sind nur limitiert, sehr einfach auf diese 800.000 Euro im Jahr 2020 und unsere Regierung hatte vorgeschlagen 200.000 Euro pro Monat. Also unsere Erwartung ist, also keine rechtliche Sicherheit, sondern unsere Erwartung, dass es auch für größere Unternehmen als mit 250 Mitarbeiter gilt, bis sie dieses Limit 800.000 Euro erschöpfen. Okay, verstehe. Danke. Zweite Frage. Es gab mal ein Gerücht, dass es mit Töchtern ausländischer Mütterkonzerne individuelle Vereinbarungen geben sollte, da ja ausländische Unternehmen ursprünglich ausgenommen waren. Haben Sie dazu genauere Informationen? Nein, also da, wo in diesen Arbeitskreisen, wo ich bin, mit den verschiedenen Resorten, also vor allem Finanzministerium und Arbeitsministerium, Wirtschaftsministerium kann dann vielleicht Herr Kompala später noch dazu was sagen, es war nie ein Punkt, also keine Diskriminierung von ausländischen Unternehmen. Das habe ich nicht ein einziges Mal gehört. Das ist das Einzige, wo man von Anfang an gewusst hat, aber das vielleicht nicht genügend kommuniziert hat, war, dass es nicht Großunternehmer betrifft. Ja, also eine VW, für eine VW wäre diese Hilfe nicht genügend und die ist auch verboten wegen, also da, das ist klar, weil, weil da hilft 800.000 Euro nicht, den ganz Großen. Aber nein, ausländische Unternehmen sind nicht ausgeschlossen. Was noch eine Diskussion ist und das sollte sicherlich nicht deutsche Unternehmen betreffen, also da kämpfen wir auch mit Herr Kompala stark, das ist das, wo die Stimmen kommen, ausländisches Kapital, negativ, sind eher unsere Oligarchen, also diese Firmen, wo durch zypriotische Kranken, zypriotische Kasten Kasten Firmen, da Geld läuft, also da ist natürlich eine große Aufregung von der politischen Opposition, aber das will auch die Regierung nicht, die ist wirklich auch gegen Korruption eingestellt, die haben noch keine rechtliche Lösung dazu, das ist eine meiner Aufgaben jetzt mit dem Finanzminister, es ist sehr schwierig das anzugehen, also wenn irgendwann irgendwo gesagt wird, ausländisches Kapital ist ein Problem, dann nur in den Fällen, wo es zu Korruption und aggressiver Steuerplanung kommt, also vor allem so Strukturen zippern und sie kennen das, ja ich muss das nicht weiter erklären, aber deutsche Unternehmen, ich glaube die Regierung weiß, dass die deutschen Unternehmen diesen 16% Anteil haben an slowakischem Staatsbudget, also ich habe es schon auch in Gesprächen direkt mit dem Finanzminister mehrmals betont, also ich glaube, die sind schon klug und wissen, dass das ausländisches Kapital gut ist. Danke. Gut, also dann haben wir noch Punkt Nummer drei, wo ich noch was beizutragen habe und das ist Gewährleistung von Bankgarantie zurzeit geplant, weil die noch nicht eine Absprache haben mit der Europäischen Kommission 500 Millionen Euro monatlich. Das ist vielleicht weniger, als was was sie so erwarten würden, wenn sie das mit Deutschland oder Österreich vergleichen. ja, es ist wenig, aber man arbeitet daran, dass es mehr wird. Wieder ohne Ausnahmen von der Europäischen Kommission ist es nicht möglich. Jedenfalls ist schon jetzt sehr weit die Verhandlung mit Banken und das sieht eigentlich auch diese Ausnahmeregelung von der Europäischen Kommission vor. Sogar wir als Unternehmen wurden schon angefragt von unserer Bank. Also die sind schon motiviert. Da wird es Startgarantie machen gegenüber Kommerzbanken zuerst und dann wird es Zuschüsse geben für die Bankgarantie Gebühren. Also es ist ein Geschäft für die Banken sich endlich jetzt nicht mehr so zurückhalten sondern mehr entgegenkommend vor allem an die KM Unternehmen mit Darlehen. Also ich würde auch hier raten ich glaube diese Schiene wird leichter auch für unsere Regierung sein umzusetzen jetzt auch in nächsten Monaten als neue Zuschüsse weil da hat man dieses 800.000 Euro pro Unternehmen pro Jahr pro dieses Jahr von der Europäischen Kommission und ich glaube nicht dass die Europäische Kommission da etwas anderes damit machen kann wenn sie so die EU Politik aber auch die deutsche Politik verfolgen alles geht Richtung Finanzierung Euro Bonds und so weiter also dass man eine Brücke macht bis diese Pandemie vorbei ist also das ist jetzt Makro Ebene in der Mikro Ebene raten wir schon jetzt unseren Mandanten sprechen sie mit ihrer Bank schon jetzt die wissen die sind in Verhandlung mit der Regierung die wissen dass es diese Bank garantie staatliche geben wird also für die Überbrückung von von diesen schlechten Zeiten ich versuche jetzt zu lesen da rechnet man also die Restriktionen sind jetzt für Darlehen über mit einer Zahlungsfrist länger als Dezember 2020 also für die für die mehr als ein Jahr zum Beispiel zweifaches von jährlichen Lohnkosten ist ein Limit beziehungsweise 25% Gesamtumsatzes für das Jahr 2019 also wie die das umsetzen ich weiß noch nicht ich lese nur das was die Anweisung von Europäischen Kommission ist und man rechnet dann das habe ich auch irgendwo gelesen aber wie das umgesetzt ist weiß ich nicht man rechnet dann mit einer Überbrückung für Darlehen bis zu sechs Jahre zum Beispiel diese Dotation auf für Banken also wird für Darlehen nicht nur kurzfristige sondern bis zu sechs Jahre sein also wenn sie sich jetzt Gedanken machen was wird jetzt wenn mir diese 200.000 Euro im nächsten Monat nicht reicht dann wirtschaftlich gesehen wenn sie sich als gesunde Geschäftsführer verhalten sollen dann bitte mit der Bank sprechen es gibt dann natürlich auch staatliche diese Garantiebank und diese slowakische Investment Holding wie das dort wird und wie schnell weiß ich nicht aber ihre Bank sollte sicherlich das flexibleste Finanzierungsunternehmen für sie sein also das ist jetzt zu Punkt 3 ich kann wieder keine neuen Fragen sehen ich weiß nicht warum ob das mein Mac ist das angefroren ist mein Mac ist angefroren weil dort ich dachte drei neue Fragen gibt kannst du die lesen bitte wenn ich den minister für soziale arbeit richtig verstanden habe dann diese 80 prozent der löhne für arbeitnehmer sind gemein der 80 prozent des brutto gehalte von diesem betrag werden sozial zahlungen und steuern des arbeitnehmers entzogen und der recht bekommt der arbeitnehmer der arbeitgeber soll die so 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 zu diesem arbeitnehmer gebunden zahlen der arbeitgeber kann gendersozial leistungen zu verschieben ja also da kann ich nur sehr kurz antworten wir haben auch gedacht es ist bruttolohn aber was jetzt die christina gefunden hat in den beispielen spricht eher zu netto ausgezahlten netto und warten sie bitte bis das schema veröffentlicht wird es ist eine ersatz leistung es ist nicht genau gesagt aber möglicherweise herr schruteck hat recht dass es um einen brutto betrag aber nur mit sozialversicherung der arbeitnehmer warten wir mal ab ich rate ihnen dann für dieses webinar am montag sich noch einmal anzumelden oder dann individuell mit ihren berater zu sprechen oder mit ihm also das verfolgen in den medien auf slowakisch spätestens am wochenende glaube ich muss es veröffentlicht werden weil ab montag sollten die anträge möglich sein dann die anderen fragen weil ich kann die leit nicht wissen hat geantwortet etwas und dann ist nichts mehr ok dann zum thema bankgarantie und bankfinanzierung ja da sind wir auch nicht jetzt die bankexperten wir verfolgen das nur wirtschaftlich was los ist und wir raten allgemein als wirtschaftsberater sich mit der bank in verbindung zu setzen das ist schnell und kostet sie nicht viel zeit und die banken sollten schon heute froh sein wenn sie sich melden und ja vielleicht noch eine bedingung die vielleicht ein bisschen sorgen machen kann von der sicht der banken das ist auch wieder von der europäischen kommission aber verständlich es soll nur an die unternehmen möglich sein dieser ganze staats garantie schema die zum ende des jahres 2019 gesund waren es ist nicht klar was gesund bedeutet aber ihre bank weiß es ob sie als gesundes unternehmen zu verstehen sind oder nicht weil die intern dann sie als kreditor also jedes unternehmen als kreditor einstufen müssen und in dieser richtung wird es auch geprüft in den banken also das ist noch so eine kurze ergänzung zu punkt 3 und jetzt Punkte 4 5 und 6 da übergebe ich das Wort an die christina weil die hat alle details noch heute vormittag studiert christina bitte zum punkt 4 diese maßnahme wurde seitens der institutionen schon bevor diese novelle appliziert die maßnahme bezieht sich auf den zeitraum seit dem 12 märz das heißt wenn der stadt die ausserordentliche situation ausgerufen hat bis ende der ausserordentlichen situation so der stadt stellt nicht das termin fest und es begrennt das termin mit ende der ausserordentlichen situation zum leistungen an eltern nach der novelle ist den eltern erlaubt bei der schließung von schulen zu hause zu bleiben und die sozialversicherung anstalt zahlt die leistungen an eltern aber maximal für die dauer der außerordentlichen situation solange die außerordentliche situation andauert kann die maximale frist verlängert werden ohne die verlängerung bei der sozialversicherung anstalt wieder zu beantragen die beendung oder die erneuerung teil der älternteil der sozialversicherung anstalt in form einer ehrenerklärung mit zum krankengeld nur kurz der arzt kann die versicherte person wegen der außerordentlichen situation auch krank schreiben und diese person hat dann den anspruch auf das krankengeld in hohe von 55 prozent von brutto gehalten das ist circa 70 prozent des netto gehalten und dies vom ersten tag des kranken stand normalerweise werden die ersten zehn tage durch den arbeitsgeber bezahlt jetzt wird das krankengeld nur durch die sozialversicherungs anstalt bezahlt was ist sehr interessant aber was ich möchte darauf hinweisen dass die ausgänge des arbeitnehmers während des quarantäne krankenstandes nicht erlaubt sind der arbeitnehmer soll zu hause bleiben es ist es würde gegen den sinne der quarantäne die ausgänge zu erlauben das ist so eine praktische seite zum nächsten punkt 5 zahlungsausschub für sozialversicherung und krankenversicherung beträge beträge der arbeitsgeber bei senkung der umsatzerlöse um mehr als 40 prozent zu diesem thema wurde die novelle an die regierung gestern vorgelegt es ist noch nicht genehmigt und diese novelle bezieht sich nur auf den monat märz nicht mehr und diese zahlungen von sozialversicherung und krankenversicherungsbeiträgen für mehr sind fällig bis 31 juli diese möglichkeit haben aber nur die zahl bei senkung der umsatzerlöse um mehr als 40 prozent so wie wir warten wie es sehen wird das ist sehr kurz zu diesem punkt und nächstes punkt sech zahlungsaufschritt für einkommen störveraufzahlungen bei senkung der umsatzerlöse um mehr als 40 prozent die covid situation hat die erlöse der meistens störsubjekte negativ beeinflusst falls sich infolge der aktuellen situation die finanzlage der störsubjekte um mehr als 40 prozent im vergleich mit demselben monat des vorjahres verschlechter hat kann es beim steuerverwalt einen antrag auf zahlung der steuerforst aufzahlungen an der stellen das ermöglicht dem steuerzahlen auch die vorsteuer aufzahlungen in häufen 0 euro zu beantragen der antrag muss für jeden monat oder quartal separat beantragt werden und die senkung der erlöse muss auch mit numerischer unterlagen nachwiesen werden der steuerzahler muss die unterlage selbst vorbereiten der steuerverwalter erwartet den vergleich der finanzsituation auf der basis der mehrwertsteuererklärung das heißt die zahlen in der mehrwertsteuererklärung für den aktuellen monat des vorjahres im vergleich zum aktuellen monat des jahres für welchen die vorauszahlungen bezahlt werden sollen diesen dieser nummerischen teil wird den finanzern in form einer ehrenerklärung vorgelegt es ist empfehlenswert diese nummerische auswertung gleichzeitig mit der vorbereitung der mehrwertsteuererklärung vorzubereiten es kann auch passieren dass die senkung nicht um 40% ausgewiesen wird aber zum beispiel 39% dann ist es fraglich wie der steuerverwarten diesen antrag auswerten wird aber wir vermuten dass es sich um eine case-by-case auswertung handeln wird in jedem fall kann jeder steuerzahlenden antrag auf der steuerzahlung aufschub stellen und zwar auch wenn die senkung der rosen nicht die grenze 40% überschritten hat dann wird jeder antrag separat bewertet und die einstellung des steuerverwalters kann in konkreten fällen unterschiedlich sein und was ist wichtig die steuervorauszahlungen werden durch die korporerschaftsteuererklärung für das jahr 2020 ausgeglichen als negativ sehen wir den fakt dass diese zahlung aufschub voraussichtlich die voraussahlungen für gehälter der arbeitnehmer nicht deckt aber wir werden sehen ich habe heute mit einer steuerverwalterin telefoniert und das finanzamt ist nicht ganz sicher wie alle diese maßnahmen appliziert so zum beispiel ja ich habe schon einen fall wo die lohnsteuervorauszahlungen ausgesetzt wurden also das ist jetzt wirklich wie christina gesagt hat fall für fall ja sie hat mich auch diese steuerverwalterin hat mir gesagt das für sie kann so eine so eine verschiebung verschieben für 60 tage aber das löst nicht die situation selbst ja weil 60 tage ist bis für märz ist es für april marz im juni muss alles bezahlt werden das ist nicht so richtig hilfe aber sie wissen nicht mehr jetzt entschuldigung home office regelung nachteil und gut also jedenfalls sollten sie individuell alle möglichen aufschub und liquidität mittel inklusive diese vorauszahlungen an die steuerämter oder sogar auch sozialversicherung versuchen man muss aber mit individuellen fall fall für fall handlung zurzeit rechnen und wir haben glaube ich nur ein paar minuten also ich würde zu punkt sieben geben gehen wenn es keine fragen gibt nein ich sehe keine fragen und das ist diese angedeutete verlust geltung von steuerverlusten die sollte jetzt großzügiger sein rückwirkend noch für das jahr 2019 Detail sind noch bearbeitet also das ist eigentlich die einzige maßnahme von diesen sieben die durch das einkommensteuergesetz umgesetzt wird und das ist heute noch nicht im parlament weil natürlich die detail umsetzung dann immer schwieriger ist als dieser Limit für steuerverlust vortrag abschafft das sieht zurzeit nicht so positiv aus aber etwas wird umgesetzt werden also großzügiger also für die unternehmen die jetzt in ihren steuerverlust vortragen da ist jetzt dieser Limit für vier jahre das sollte jetzt großzügiger sein und einmalig alles rückwirkend 2019 auch durch eine korrektur der steuererklärung so war der letzte stand der diskussion bei finanzministerium bitte wieder auf die umsetzung im gesetz abwarten also das ist so sehr in kürze dieses paket vielleicht noch einen überblick wenn es keine neuen fragen gibt bitte noch die letzte seite also noch eine weiter so maßnahmen in anderen ländern frau kippus wenn sie mich hören gut damit wir auch das arbeitskreis anschließend noch schaffen ich sage es mit drei sätzen ich glaube wie angedeutet was sich jetzt dotationen und verschiedene zuschüsse handelt werden wir nicht schlechter als nachbarländer sein zum beispiel vergleich mit tschechien schon jetzt besser wo wir noch verbesserungsbedarf haben sind diese krediten also also dieses dieses fokus wie das in deutschland und österreich sichtbar ist darlehen und kredite weil wir eigentlich verzug haben durch die neue regierung die sind mindestens drei wochen in verzug was ich jetzt allgemein diskussionen mit mit kommerzbanken betrifft aber auch mit der europäischen kommission aber wir erwarten jetzt aus unserer sicht und erfahrungsaustausch mit den ministerien dass diese richtung auch bei uns gegangen wird gut wenn es noch fragen gibt bitte jetzt auch laut noch eine frage weil wir müssen jetzt zu dem weiteren videomeeting kink vielleicht habe ich nicht gut aufgepasst die definition der kmu jetzt definitiv oder wir überschreiten sowohl die mitarbeiter als auch umsatzgrenzen ja ich war vielleicht zu vorsichtig in meiner aussage also ich versuche jetzt das zu vereinfachen die definition ist hoffentlich irrelevant hoffentlich das einzige was relevant ist ist das objektive kriterium 200.000 euro pro monat oder insgesamt 800.000 euro pro jahr aber bitte abwarten auch das schema weil in den ausnahmsregelungen der eu spricht man sehr vorsichtig dass die hilfe vor allem auf kmu gezielt werden soll jedoch die objektiven kriterien sind wirklich auf diese deminimis regel 800.000 euro für das jahr 2020 gezielt und wir müssen abwarten was in dem veröffentlichten schema wirklich abgestimmt wird aber hoffen wir dass keine kmu definition dort auftaucht vielen dank gut also keep safe wash your hands und bleiben sie gesund und das wird wieder nach vorne gehen die pandemie ist in ein paar monate weg